Dieses Seminar bietet praxisnahes Wissen über das Schweizer Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Es behandelt Themen wie die Durchführung von Betreibungen, Insolvenzverfahren und den Schutz von Miet- und Pachtforderungen. Sie lernen zudem, wie Forderungen effektiv gerichtlich und außergerichtlich durchgesetzt werden können. Dieses Seminar richtet sich an Fachleute, die ihre Kompetenzen in der Handhabung von Schulden- und Insolvenzfällen erweitern möchten.